So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, beziehungsweise eine neue Folge Pokémon GO, diesmal keine Infofolge, sondern ein bisschen Gameplay. Das Gameplay mache ich ja jetzt gerade selber. Hier ist übrigens ein 5er Raid, der an der Heimarena aufgeht, in 34 Minuten. Den habe ich auch in die Hibu-Gruppe gepostet, werde den dann wieder machen mit 6 Accounts. Der Seid Ritzwan hat sich, glaube ich, eingetragen, aber den Account hat er ja gar nicht mehr. Keine Ahnung, wie der jetzt heißt. Ich möchte kurz heute, Montag, Max Out Monday, wieder kurz was pushen, was zeigen, bisschen Ausbeute auch vom Ultra-Bonus Teil 1, und zwar als erstes Rahm, genau, Rahm. Geben wir einfach Rahm ein, dann sehen wir es schon. Ich möchte nämlich mit euch heute erstmal 100% Rameidon auf Level 50 pushen. Äh, Cognodon saß jetzt überall die ganze Zeit rum, konnte man vermehrt fangen, gab es neu als Shiny. Grund für mich, abschließend auch für diese Sendung hier und für den Ultra-Bonus Teil 1, ein Rameidon Best Buddy 100% auf Level 50 zu pushen. Geht ganz einfach, drückt man einmal hier, einmal da, zack, zieht sich's hoch, kommt auf 3728. Das ist schon eine Maschine, ja. Einer der besten Gesteinsangreifer, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass man nur unbedingt eine 6er Armee braucht, aber eins könnte man schon auf 50 ziehen. Rameidon, ein Despot da, ein Rihonior, ein Tyrachium noch dazu, dann habt ihr eine schöne, bunte Auswahl an Gesteinsangreifern, die alle eigentlich recht cool aussehen und auch nützlich sind. Wenn wir jetzt eben bei Rameidon sind, können wir auch gleich Kok und Schilland eingeben, denn wir wollen auch zeigen, Shiny Cognodon und Shiny Rameidon. Ihr wisst, wie ich das immer mache, ich nehme eigentlich das höchste Shiny, was ich habe, entwickle das und das andere lasse ich so. Jetzt habe ich natürlich mehrere, das heißt, da sind ein paar frei, da könnte man sogar welche wegtauschen. Wir nehmen uns dieses hier mit 1431, entwickeln das Shiny Cognodon, auch zu Shiny Rameidon. Ihr habt auch gesehen, das eine hat noch einen blauen Hintergrund, ist also frisch gefangen gewesen und beim Einloggen kommt auch nicht mehr diese 7-Tage-Meldung. Das heißt, die 7 Tage sind um, ich habe keine 30 Tage bekommen, ich habe nicht nochmal erneut 7 Tage bekommen. Ich sehe wieder Pokémon, ich kann wieder Pokémon fangen, ich kann wieder Shinies fangen, ich kann im Prinzip wieder alles machen. Jetzt habt ihr hier Rameidon mit Zen-Kopfstoß und Steinhagel. Bevor sich der Benni wieder beschwert, mach mal das schnell weg auf Katapult-Steinhagel, damit es so aussieht, jetzt wüssten wir, was wir tun. Wir kommen direkt noch fix zu Schildarus, denn das war ja auch Event-Spawn. So, Schildarus. Haben wir jetzt hier auch drei Stück, wieder sortiert natürlich nach WP, nach Level. Wir nehmen wieder das höchste Schildarus, entwickeln einen Shiny Schildarus zu Shiny Bolterus. Dann haben wir die zwei neuen Event-Shinies schon mal abgehakt. Wir haben einen Rameidon auf 50 geprügelt. Und dann kommen wir zum wichtigsten Punkt in der Max Out Monday-Folge, zum Dialga. Was es natürlich jetzt auch die ganze Zeit in 5er-Rates gab, war ja der Bonus auch vom Eisenschweif-Lichtkanone. Ähm, ja egal, damit mach ich irgendwie eh nichts, das lass ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Ähm, wenn wir, hier seht ihr übrigens die Nearby-Liste, ihr seht wieder Pokémon. Also ich seh wieder Pokémon, es ist nicht mehr weiß. Es war die ganze Zeit weiß, während dieser 7-Tage-Warnung. Jetzt seh ich Pokémon, es spawnen Pokémon, es ist also alles wie bisher. Okay, und jetzt kommen wir zum heftigsten Teil, die Dialga. Wir geben erstmal ein Dialga und Schilland. Wurde ja als Shiny eingeführt jetzt im Ultra-Bonus. Ihr seht insgesamt, da habe ich jetzt also 15 Shiny Dialga, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Da sind auch Luckys dabei. 22,68, 22,79, 22,81. Das ist das Beste hier, ohne Wetterboost, 22,97. Habe ich vom Tix Keks Lord erhalten. Und ist ein 96er, glaube ich. Ja, 15, 13, 15 aus Sandersdorf. Sandersdorf, Brener, Sachsen-Anhalt. Da habe ich erst überlegt, wenn ich wirklich keinen 100er kriege, aber ich schon so viele XL-Bonbons habe, vielleicht kann ich so eins ja mal hochziehen. Ihr seht, das würde jetzt hier auf 4.545 kommen. Das sieht eigentlich cool aus. 4, 5, 4, 5. Das Ding ist, das geht in 10er-Schritten. Wenn ihr jetzt ein 98er habt, das erreicht 4, 5, 5, 5. Und das 100er 4, 5, 6, 5. Das ist also ein Unterschied vom 96er zum 100er, genau von 20 WP. Ist ein 100er also wirklich so wichtig? Ich weiß es nicht. Das ist also das Beste hier. Vom Wetterboost haben wir drei Stück. Und das ist das Beste mit Wetterboost. Das ist ein... Ja, 0% sieht man. Das sieht gut aus. Nein, das Spiel hängt gerade. 15, 15, 11. Wurde am 31.07. nicht mal gefangen, sondern gar nichts. Der Satz ist einfach zu Ende. Und ihr seht, wenn ihr die XL-Bonbons seht schon, dass es ein bisschen gedauert hat, bis ich das 100er bekommen habe. Ich habe immer mal wieder den Zwischenstand gepostet, was abging bei Dialga. Ich werde das Schilland jetzt hier auch wegmachen. Werde euch das zeigen, die Dialga-Ausbeute. Gehen mal kurz hier drauf, gucken uns den Pokedex an für die Übersicht. 323 gesehen, 298 gefangen, 11 Glücks. In 11 Glücks-Trades das Beste ein 96er geworden. Ansonsten, 0 Erlöste. Ja, gibt es ja noch nicht als Krypto. 323 ist okay. Bei Mewtwo hat es wie gesagt 783 Rates gedauert, bis das 100er kam. Hier nur 323. 323, das heißt nur 323 Euro verballert für ein Dialga. Jetzt ist es hier. Das ist das, was ich die ganze Zeit in der Meisterliga hatte. Das war auch schon am 27.03.2019 gefangen. Das war ein 98er sogar. Hier, 27.03. Das ist ewig alt. Das war mein bestes Dialga, was ich bisher hatte, womit ich immer in der Meisterliga gekämpft habe. An dem ist auch nichts gepusht. Der ist direkt Level 40. Und jetzt, wenn wir hier reingehen und wirklich mal nach WP sortieren. Ihr seht jetzt alle Dialga, die ich noch hier auf der Hand habe. Das sind 175 übrig. Ich habe sogar das schlechteste, was man haben kann. Mit 22.17. Das ist nämlich ein 10.10.10. Das habe ich bei Rates für Zuschauer bekommen, wo ich mich auch immer mit eingeladen habe. Ein 10.10.10. Würdet ihr sowas pushen? Wir können mal vergleichen. Ihr wisst, ein 100er kommt auf 4.5.6.5. Und ein 10er kommt auf 4.3.8.6. Also da ist der Unterschied auf jeden Fall deutlich da. Das ist 200 WP Unterschied, grob geschätzt. Das macht sich schon bemerkbar, ob ihr jetzt 20 oder 200 Unterschied habt. Ansonsten kann man hier durchschauen. Da ist das eine Shiny angereiht. Was die Besten hiervon waren. Ihr wisst ja, 23.07 ist das 100er da. Da kommt gleich auch das beste Lucky Shiny, was da war. Guckt mal, ganz viele. Das ist schon ein 96er, das 97. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 96er. Dann habt ihr hier 2299. 2299 ist schon ein 98er, aber mit 14 Angriff. Da gibt es auch drei Stück. Wir haben 2302. Ein 98er nochmal. Mit 14 Verteidigung. Und gestern ist es passiert. Shania hat auch kräftig eingeladen. Nochmal abends die ganzen Leute den ganzen Tag verteilt. Haben eingeladen. Der Kekslord hat viel eingeladen. Jeder einzelne Spieler, sonst wie. Aber Shania und Tick Kekslord habe ich die meisten Einladungen immer bekommen. Dank an jeden, der eingeladen hat. Es war mein Ziel, einen 100er zu bekommen. Hier ist jetzt das 100er. Zweiter, Achter. Leider nicht mit Wetterboost. Leider auch kein Shiny. Mein Poppik. Mit dem habe ich Shiny gegen Shiny getradet. Er bekommt das Shiny Glückshunderter. Seht ihr noch bei Raider Mittwoch. Bei mir leider nichts. Jetzt habt ihr hier die mit Wetterboost. Und auch bei denen mit Wetterboost. Sind ja doch einige geworden. Ist das Beste. 22, 78. Und das Beste mit Wetterboost ist auch ein 98er. Mit 14 Verteidigung. Und hier noch ein 98er. Mit 14 KP. Ich könnte also eine richtig fette Dialog. Lagerarmee machen. Wo die halt einfach. Keine Ahnung. Ich habe ein 98er. Habe ich auf 40. Theoretisch könnte ich die zwei auch noch auf 40 machen. Das 100er auf 50. Und dann hätte ich noch zwei übrig. Vielleicht noch. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie wir es machen. Wir werden auf jeden Fall uns jetzt erstmal das 100er nehmen. Wenn ich es nicht schon wieder verschoben hätte. 23, 07. Das ist das 100er. Hier geben wir die Pushes drauf. Hier gehen wir rüber auf 4, 5, 6, 5. Ein 98er, wie gesagt, würde auf 4, 5, 5, 5 kommen. Das pushen wir. 2.258 WP dazu. Das ist auf jeden Fall heftig. Werden auch die Attacke noch ändern auf? Ich weiß es gar nicht. Feuerodem, Draco, Meteor. Und ich glaube, wir werden auch noch eine neue Attacke hinzufügen. Mache ich eigentlich immer bei jedem legendären 100er. Und gerade, weil das ja auch für die Meisterliga sein soll. Was ist das beste Moveset? Schreibt ihr es mal rein und sagt mir das mal. Feuerodem, Draco, Meteor, Eisenschädel. Habe ich jetzt hier drauf bei dem. Wenn da noch was anderes hin muss, sagt Bescheid. Das ist das 100er. Die Yalga gemaxed auf Level 50. Zeigen wir nochmal hier. Und weil ich so viele Bonbons jetzt noch übrig habe. 1.400 und immer noch 607. Ich könnte theoretisch noch 2 Stück auf Level 50 machen. Die Yalga ist aber noch ein bisschen da. Die Yalga ist noch bis... Heute ist Montag. Die Yalga ist noch bis Freitag 10 Uhr da. Dazwischen ist auch nochmal die Raid Mania. Ich werde jetzt nicht mehr suchten. Ich werde nur noch den täglichen Raid Pass raushauen. Das heißt, ich werde nachher hier den Raid machen und bin für heute fertig. Das mache ich am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag. Am Freitag nicht mehr. Da warten wir auf Palkia. Aber die Raid Stunde am Mittwoch machen wir natürlich wieder zur Raid Mania. Das heißt, ich werde wieder 18 bis 19 Uhr eure Einladungen annehmen. Jeden Raid machen. Ich werde wahrscheinlich nicht fangen, außer es kommt noch ein Hunderter. Oder ein Shiny. Die sind ja schnell drin. Vielleicht kriegen wir noch ein zweites Hunderter. Vielleicht kriegen wir noch ein Hunderter Shiny. Das heißt, das eine habe ich gepusht. Mit den restlichen Pushes warte ich aber noch. Werde ich in irgendeiner anderen Max Out Monday Folge dann vielleicht das 96er Lucky Shiny mal hochziehen. Einfach, weil es cool aussieht. Oder halt noch ein 98er Pushen. Oder ich warte halt einfach bis in 10.000 Jahren. Jetzt haben wir das hier eingereiht. Ihr seht, das ist jetzt mein viertstärkstes Pokémon. Ihr habt hier Letter King auf Platz 1 mit 5010. Dann habt ihr Riggi Gigas mit 4913. Ihr habt Mewtwo mit 4700. Ihr habt Dialga mit 4565. Groudon ist noch nicht gemaxed. Da fehlt noch was. Der ist noch nicht auf 50. Der könnte also das Dialga noch überholen. So, das war es jetzt. Nach 323 Raids ist es vollbracht. Das 100%. Die Dialga ist da. Nächstes Ziel. Palkia. 100%. Eigentlich wollte ich das gar nicht so sehr zocken und suchten. Aber ich habe jetzt Blut gelegt. Das heißt, ab jetzt Palkia jagt. Ich werde alle Trades, die ich jetzt mache. Ich habe noch 3 Glücks. 4 Glücksfreunde habe ich noch. Werde ich natürlich jetzt aufheben für Palkia. Und da Lucky Trades mit Palkia machen. Vielleicht das 100er Lucky. Damit das günstiger ist. Was ist euer bestes Dialga gewesen? Dialga? Dialga? Ah ja, ich habe es schon wieder vermasselt, glaube ich. Was ist euer bestes Dialga gewesen bisher? Habt ihr auch ein 100er? Und wie viele Raids habt ihr für das 100er gebraucht? Viele haben da geschrieben 60 Stück. Dann haben sie das 100er gehabt. Oder sie haben das Shundo gehabt. Oder wie auch immer. Schreibt mal eure Ausbeute rein. Bei wie viel Dialga-Rates seid ihr jetzt? Ist ein 100er dabei? Wann kam das 100er? Und wie viele Shinies habt ihr? Bei wie viel Raids? Diese... Ähm... Das habe ich gestern im Community-Tab gepostet. Die Rate von 300 Raids zu 15 Shinies waren genau eine Shiny-Rate von 20. 1 zu 20, glaube ich. Da hat sich einer gefreut und gesagt, Ramses, da hast du genau die Shiny-Rate getroffen. 15 Stück bei 300 ist genau 1 zu 20. Hoffe ich, dass es so passt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.